Mit dem Zircon-Stat-Sensor HD55 Balkenortungsgerät ist es ganz einfach, Balken zu finden. Der HD55 verfügt über zwei Modi. Den Statscan-Modus zum Ermitteln der Balkenkanten bis zu einer Tiefe von 19 mm und den Deep-Scan-Modus zum Ermitteln der Balkenkanten bis zu einer Tiefe von 38 mm. Das Werkzeug verfügt außerdem über eine Wire-Warning-Erkennung, die Sie auf das Vorhandensein von spannungsführenden Wechselstromkabeln hinweist. Schieben Sie das Werkzeug einfach über die Wand. Das gut lesbare Display zeigt an, wenn Sie sich in der Nähe eines Balkens befinden. Der Spotlight-Pointer und das neue Target-Spotlight leuchten, wenn Sie die Kante gefunden haben. Es findet beide Kanten, sodass Sie auch die Balkenmitte ausfindig machen können. Zum sicheren Befestigen von Bildern, Spiegeln, Regalen und Schränken. Kaufen Sie Ihren HD55 noch heute.